Ich freue mich, in eurer Mitte zu sein wieder. Der Bruder hat mir gerade gesagt, ich soll mich ganz kurz nur vorstellen für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Sven Barth. Ich bin seit acht Jahren in Dierdorf tätig, in der evangelischen Gemeinschaft. Ich habe gesehen, letzte Woche war der Semmy, glaube ich, hier. Den sehe ich des Öfteren. Laufen wir uns über den Weg. Genau, wir kommen ursprünglich aus Freiburg. Das wird man auch am Dialekt ein bisschen merken. Der Bruder hat mich schon darauf hingewiesen, ich soll langsam sprechen. Das wird eine Herausforderung. Den Dialekt bekomme ich nicht in den Griff. Aber melde dich einfach, wenn es zu schnell wird oder wirf was. Genau. Ja, es ist langsam Sommerzeit. Und ich denke, der ein oder andere hat seinen Urlaub auch schon geplant oder ist gerade am Planen. Und vielleicht hast du auch schon mal erlebt, dass du, früher hat man Katalog genommen, heute in Internetseite. Du siehst irgendwelche Angebote und es sieht tiptop aus. Super Hotel, super Pool, super Essen, super Belegschaft. Und dann kommst du hin und von außen denkst du schon, oh, es sieht ein bisschen anders aus. Dann gehst du rein, Pool dreckig, Essen schlecht, unfreundliches Personal. Und du merkst einfach so, das Äußere, das steht nicht im Einklang mit dem, was auf der Internetseite oder beziehungsweise was innen drin ist. Also das Äußere stimmt nicht mit dem Inneren überein. Und ich dachte mir, das ist manchmal bei uns Nachfolgern Jesu auch die Gefahr. Dass wir manchmal nach außen etwas repräsentieren, was sich bei uns innerlich eigentlich gar nicht abspielt. Und ich meine das gar nicht jetzt in dem Sinne, dass man das bewusst macht. Ja, das wäre Heuchelei und ich denke, davon wollte man Abstand nehmen. Sondern manchmal ist es vielleicht, weil man selbst getäuscht ist. Man merkt nicht, was man nach außen hingibt. Und manchmal will man auch, sag mal, die Fassade aufrechterhalten. Ein Christ muss halt funktionieren. Er ist halt so. Ich denke, das ist ein Problem. Und dieses Problem, diesen äußeren Schein nach außen und das Innere, das Wahre, wenn das nicht kompatibel ist, dann ist das wirklich etwas, wo man in den Griff bekommen möchte. Und wir finden so einen Zustand auch in der Bibel, nämlich in Offenbarung 3. Und das ist der Text, wo wir heute anschauen möchten, die Gemeinde zu Sardes. Auch da ist der äußere Anschein, also was die Gemeinde nach außen widerspiegelt, nicht das, was innen sich wirklich abspielt. Und ich habe mal das Thema genannt, außen hui und innen pfui. Außen hui und innen pfui. Ermutigung zur ehrlichen Bestandsaufnahme und freudigen Umkehr. Und ich denke, so möchte ich die Predigt auch verstande, wissen nicht, dass wir danach ein schlechtes Gewisse haben und denken, oh, bei uns ist auch nicht alles in Ordnung, sondern im Gegenteil, dass wir, und das ist ja der Herr Jesus, dass er uns verändern möchte zum Positiven. Dass er uns wirklich Hilfestellung geben möchte, dass das, was inne ist, auch nach außen kommt. So wie der Herr Jesus sagt, auch der gute Baum bringt gute Früchte. Ja, das kann man nicht kaschieren. Und so wollen wir die Predigt auch verstanden, wie sie außen hui, innen pfui. Und die Frage ist natürlich, was war das Problem? Was können wir von Sades lernen oder beziehungsweise was soll man lieber lassen? Und welche Chance gibt uns aber der Herr Jesus, dass wir hier auch wieder umkehren können? Und ich möchte uns einmal den Text kurz lesen, damit wir im Bilde sind. Und zwar Offerbarung 3, die Verse 1 bis 6. Da heißt es, Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachst, werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast eine wenige Namen auch in Sades, die ihre Kleider nicht befleckt haben und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Soweit unser Text. Und ich denke, das ist schon ein herausfordernder Text. Und wir wollen da ein bisschen reingehen, um zu verstehen. Das Erste, was der Herr Jesus macht, anhand der Gemeinde von Sades, ist, er stellt eine Diagnose. Und er stellt auch heute Morgen eine Diagnose, aber ich denke, es ist wichtig zu betonen, eine Diagnose kann manchmal sehr herausfordernd sein. Jeder, der schon mal eine Diagnose bekommen hat, vielleicht von einer Krankheit, der sagt erstmal, sowas will ich überhaupt nicht hören. Aber es ist wichtig, dass man eine Diagnose erhält, damit der Arzt dann auch die rechten Mittel einsetzen kann, damit wir wieder gesund werden. Und genau das macht der Herr Jesus. Er stellt dieser Gemeinde sozusagen die Diagnose vor Augen. Und er sagt, ich, oder er sagt, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Ich denke, ich möchte betonen, ganz am Anfang, dass es wichtig ist, dass wir Gemeinde nochmal verstehen. Gemeinde, das, was wir heute auch repräsentieren, wenn wir zusammenkommen, ist eine Institution, die Gott geschaffen hat, damit wir auf der Erde zeugen von einem lebendigen Gott. Ja, dass Menschen da draußen, die noch nicht zum Herrn Jesus gehören, dass sie sehen, da ist jemand, der möchte uns verändern. Der möchte, dass wir ihn repräsentieren, dass dieser Gott lebendig ist und liebevoll und barmherzig, dass er geduldig ist mit uns und dazu ist eine Gemeinde da. Und jetzt kommt aber die Herausforderung und das Problem und ich denke, das muss man einfach verstehen. Die Gemeinde ist immer noch in der Welt und diese Welt ist eine gefallene Welt. Und eine Gemeinde ist nie zu hundertprozentig vollständig geistlich. Sie ist zwar, sie hat alles bekommen, sagt 1. Korinther ganz klar, es ist kein Mangel an der Gemeinde, aber das praktische Verhalten der einzelnen Gläubige, wie wir uns repräsentieren, ist nie hundertprozentig so, wie Gott es möchte. Und das kommt einmal daher, weil wir immer noch in dieser Welt sind, die gefallen ist. 2. Korinther 4,4 sagt, der Teufel ist der Herrscher dieser Welt, der Gott dieser Weltzeit. Der möchte nicht, dass du und ich Salz und Licht sind, dass wir repräsentieren, er sind Tiere, sondern er möchte uns klein halten. Das heißt, wir haben immer Herausforderungen, wir sind immer angefochten, auch in der Gemeinde. Ich denke, die, die Gemeinde leiten und die schon länger dabei sind, die wissen das, dass Gemeinde herausfordernd sein kann. Aber ein anderes Feld ist natürlich auch die einzelnen Gläubigen. Können Herausforderungen sein. Wie viele unterschiedliche Charaktere sind hier allein in der Gemeinde? Wie viele Dickköpfe, wie viele Vorstellungen und Meinungen? Und da kommt auch immer wieder etwas zustande, was einfach herausfordernd ist. Und Gott möchte, dass Gemeinde funktioniert. Und deswegen stellt er manchmal auch gewisse Diagnosen an die Gemeinde und an den einzelnen Gläubigen. Nicht, damit er sie runterbuttert, sondern damit wir wieder Licht sind und neu ausrichten und Salz sind. Und das sagt der Herr Jesus hier zu dieser Gemeinde in Saades, die ja Licht sein sollte. Er sagt, du hast den Namen, dass du lebst, aber eigentlich bist du tot. Die Gemeinde von außer war sicherlich eine Gemeinde, wo man gesagt hat, wow, hier steppt der Bär. Hier ist was los. So müssen Christen sein. Also die hatten ihre Gottesdienste, die hatten ihre wahrscheinlich Bibellehren, Gebetskreise, Hauskreise, Lobpreise und was es noch für Preise gibt. Da war alles da. Ja, und selbst andere Gemeinden von außen hatten den Eindruck, Mensch, also das ist richtig so, wie es hier läuft. Also Action noch und nöcher. Aber der Herr Jesus sagt hier, dieser Zustand, dieses von außen, das ist eigentlich nur Ertäuschung. Denn innerlich seid ihr geistlich tot. Hier steht der Wort, das heißt wirklich, also nicht leiblich, in dem Sinne, dass keine Bewegung mehr ist, sondern wirklich, ich habe kein geistliches Leben mehr. Und ich habe mich gefragt, wie kann man sich so täuschen? Wie kann der Wurm da drin sein, dass man sich so täuscht? Und ich habe einen Kommentator dazu gefunden. Und er sagt eigentlich so ganz einfache Dinge, aber ich glaube, da fängt es an. Er sagt, es kann dadurch geschehen, dass die Verbindung mit dem Herrn in den Hintergrund getreten ist. Das heißt, das Hören auf das Wort Gottes oder das Gebet mit ihm wurde vernachlässigt. Oder man hat sich sogar bewusst von ihm abgewendet. Ich denke, das sind gute Indikatoren, wobei jeder wahrscheinlich sagen müsste, ja, wir wissen ja, Christen lesen das Wort, wir beten miteinander. Aber frag dich mal wirklich in deinem Leben, was für eine Priorität spielt das Wort Gottes in deinem Leben? Aber was hast du für Vorstellungen davon? Bist du heute in den Gottesdienst gekommen, um von Gott etwas zu erfahren, etwas zu bekommen? Oder bist du halt nur hier, weil es dazugehört? Oder wie war das Gebet heute Morgen? Hast du wirklich dem Herrn mal dein Herz ausgeschüttet? Vielleicht auch für den Prediger da vorne gebetet, damit er was Anständiges rüberbringen kann? Wir wissen so viel, aber wie sieht es ganz in der Praxis aus? Der Jesus sagt, ihr große Gemeinde oder wie auch immer die Gemeinde in Saades war, bei euch fehlt etwas Entscheidendes. Wie würdest du reagieren, wenn jemand heute Morgen zu dir kommen würde und du warst wahrscheinlich schon sehr aktiv heute Morgen, würdest du sagen, du, alles gut, was du getan hast, aber geistlich sieht es bei dir nicht in Ordnung aus, so ganz tief drin. Hey, das wäre doch gleich unser bester Freund, oder? Den würden wir doch gleich zum Essen mitnehmen und sagen, ja, super, dass du mir das mal gesagt hast. In der Regel wollen wir sowas ja gar nicht hören. Wir sind ja sehr oft von uns selbst überzeugt und wir sind sehr oberflächlich auch. Wir lassen uns schnell blenden. Wir würden dem wahrscheinlich sagen, wer bist du eigentlich, dass du mich so beurteilst? So lieblos, ja, bist du besser als ich, sowas Hochnäsiges. Ich tue doch schon alles, was ich kann. Aber es ist wichtig, dass ich, und ich bin froh, dass ich nicht heute Morgen dir das sagen muss, weil ich bin nichts, sondern das Urteil kommt ja vom Herrn Jesus. Er sagt, er ist der, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne in seiner Hand. Das heißt, in Jesaja 11, 2, brauchen wir jetzt gar nicht lesen, da steht, der siebenfache Gottesgeist wird auf den Herrn Jesus bezogen. Das ist einfach nur, der Jesus wird hier ausgedruckt, hat die Fülle des Heiligen Geistes. Also er, wenn er redet, dann brauchst du gar nicht mehr und ich auch nicht diskutiere, sondern wenn er das Urteil so spricht, die Diagnose, dann ist es wirklich so. Und dann sagt er ja selbst, wenn der Pastor jetzt hier sagen würde, aber es ist ja nicht so, er sagt, ich habe die sieben Sterne in seiner Hand, das ist ein Bild für die Ältesten. Selbst die Ältesten, wir haben nicht die Durchschlagskraft wie der Herr Jesus und deswegen möchte dich und mich heute Morgen wirklich durchleuchten und fragen, wo sind denn deine blinden Flecke? Ich habe mir das so vorgestellt, der Herr Jesus ist wie ein Röntgengerät oder wie so ein MRT-Gerät. Ich habe mir mal das Bein gebrochen und dann wusste ich, da ist was nicht in Ordnung, aber was es wirklich ist, wusste ich erst, als ich ins MRT ging. Da hat man nämlich diesen Bruch dann auch wirklich gesehen. Und so ist der Herr Jesus. Er möchte heute Morgen auch in mein und in dein Herz schauen und einfach Hilfestellung geben. Wo ist vielleicht gewisse Dinge, wo sind sie nicht in Ordnung? Also lasst uns hier mal zusammenfassen den ersten Punkt, diese Diagnose. Also Gott zieht hinter die Kulissen. Egal wie du nach außen scheinst, egal was du vorgibst, Gott weiß ganz genau, wie es bei dir aussieht. Geschäftlichkeit alleine macht noch keine geistliche Gemeinde. Und Geschäftlichkeit alleine macht noch keinen geistlichen Christ. Das Urteil von anderen, wie andere dich beurteilen, macht noch keinen geistlichen Christen und noch keine geistliche Gemeinde. Paulus sagt mal, nicht ich beurteile mich selbst, sondern einer ist, der mich beurteilt und das ist der Herr. Selbsttäuschung alleine hilft nicht. Mein eigenes Urteil hilft nicht. Ich habe mir das so vorgestellt und zwar, einige von euch, ich glaube die Junge kennt das so gar nicht mehr, kennt Westernfilme noch, oder? Cowboy, Indianer, Westernfilme. Und manchmal gibt es da so lustig gemachte, also so witzig gemachte Westernfilme. Und da stehen so Cowboys vor einem Saloon. Wisst ihr, was ein Saloon ist? Da gehen die Cowboys rein und trinken einen. Und dann schießt einer an den Saloon und das Ding klappt gerade um. Das heißt, es war nur eine Pappfassade. Hinten dran war nichts. Ich habe mich gefragt, Sven, wie viel ist in deinem Leben nach 20 Jahren Christsein Pappkamerad? Wie sieht es aus eigentlich? Was ist wirklich echt? Und was ist vielleicht nach außen hin nur repräsentiert und spiegelt gar nicht das, was ich eigentlich sein sollte? Und nochmal, ich meine das nicht als, oh Sven, jetzt muss ich dich mehr anstrengen, sondern, Herr, danke, dass du so gnädig bist und mir das zeigst. Weil er möchte mich verändern. Er möchte auch dich verändern heute Morgen. Wenn Geschäftigkeit kein geistliches Leben ist, sondern geistliches Leben wirklich vom Herrn ausgeht, wie sieht es ganz konkret bei dir heute Morgen aus? Ich möchte das einfach mal so fragen. Wie sieht es bei dir aus? Wirdst du dich als geistlich lebendig oder geistlich, naja, Wackelkandidat? Ich denke, zur Tendenz her, je nachdem, wie du gestrickt bist, tendierst du eher zum einen, eher zum anderen. Aber vielleicht ganz konkret mal, wie sieht deine Beziehung, und das ist ein guter Maßstab, denn der Herr Jesus sagt, an der Liebe werden sie euch erkennen. Wie sieht es gerade in deinem Leben mit Menschen aus? Ja, vielleicht hast du gerade jemanden, wo du sagst, hey, der bringt mich gerade so wirklich an den Rand meines geistlichen Niveaus. Ja, wir sind ja unter uns, ich kann das sagen. Ich habe gerade einen Mensch in meinem Leben, der fordert mich so heraus und ich wüsste eigentlich, was ich zu tun habe. Und trotzdem muss ich sagen, ich reagiere eben nicht immer geistlich. Ja, und ich bin froh, dass der Herr Jesus jetzt nicht sagt, weg mit dir, Sven, heute kannst du nicht predigen, sondern danke, Herr, dass du mich darauf hinweist. Und wie gehe ich damit um? Vielleicht ist es auch gerade in deinem Leben, dass dich Menschen irgendwo herausfordern. Aber wie sieht es vielleicht auch mit der Beziehung zu Gott aus? Ist das nur noch so daherleben, so etwas Halblebiges? Oder ist da wirklich Substanz dahinter? Gemeinde, ihr als große Gemeinde, wie sieht es aus mit euren Diensten, Beschäftigkeit? Geschieht das alles in der biblischen Kraft oder ist einfach nur viel Fassade? Bei einem Wort zucke ich immer zusammen, das hat der Herr Jesus gesagt, das ist ein altes Testament, er sagt, mit den Lippen ehrt mich dieses Volk. Ja, wir Badner oder Schwabe sage, geschwätzle schnell. Ja, du kannst so schnell fromm daherreden auch, aber wie sieht es in deinem Herz aus? Wie sieht es ganz wirklich aus im Umgang mit deinen Liebsten, im Umgang mit deinen Geschwistern? Ich denke, es ist herausfordernd, aber das Schöne ist, der Herr Jesus, er lässt uns hier nicht am Boden und sagt, oh, was bin ich nur für eine Pfeife, sondern der Herr Jesus gibt hier jetzt das Hilfsmittel auch, damit er uns wieder neu beleben kann, wenn da was in unserem Leben sein sollte. Und das Erste, was er macht in Vers 2, er sagt, werde wach, werde wach, werde wach. Seid ihr wach jetzt? Ja, jetzt seid ihr wach. Ich hoffe nicht, ihr erst jetzt. Aber es ist wichtig, werde wach. Ich habe eins, Entschuldigung, ihr Kleine, dass ihr erschreckt. Ich habe eins gemerkt, wach sein und wach sein ist nichts Gleiches. Ich weiß das, ich habe Kinder. Ja, ich bin in der Regel derjenige, der morgens die Kinder wach macht und wenn ich dann runtergehe und dann, ja, so kurz vor sieben, sagt er, ne, so, bup, jetzt der Aufsteher, wach werde. Dann schreckt er hoch und sagt, ja, Papa, alles klar, ich komme, fünf Minuten bin ich da. Nach zehn Minuten ist immer noch kein Kind da. Dann gehe ich wieder runter und sage, hey, du, jetzt aber wach werden. Dann steht er allen Ernstes auf und sagt, Papa, du warst ja noch gar nicht hier unten. Wissen Sie, ich bin jetzt schon immer alter, wo ich manchmal so überlege, sag mal, war ich jetzt wirklich unten oder bin ich jetzt oder derjenige, der nicht immer ganz, aber ich weiß, ich war unten. So, und dann merkst du einfach, wach werde und wach sein, es ist nicht. Und ich denke manchmal, dass wir Christe auch so denken, wir sind zwar wach, bei uns ist alles in Ordnung, dabei sind wir schon im Tran, so halblebig. Ich möchte nochmal einen Kommentator hier, fand es auch ganz cool, viele werden heute schon und insbesondere einmal in der Zeit des Abfalls von einer geradezu dämonischen Schläfrigkeit befalle. Sie werden gleichgültig, ihre Bibel bleibt verschlossen, ihr Gebetsleben versiegt, sie bleiben mehr und mehr den Zusammenkünften fern. Auch das wird das Gleiche, so Indikatoren, das geistliche Leben, das ABC des Christseins, wie sieht es aus? Bleibt deine Bibel verschlossen, kommst du hier nur passiv, hoffentlich ist er bald fertig, damit ich jetzt dann bald wieder zu Mittag esse. Wie ist deine geistliche Einstellung? Ich merke eins in meinem Leben, die Leute denken immer, der Pastor, der weiß ja, der ist davon ausgenommen. Wie schnell können solche Dinge geschehen, dass dein Herz wegwandert, dass du schläfrig wirst. Das können Sorge sein, das können Nöte sein, das können Enttäuschungen sein, ich nenne das oft das Mienefeld. Es ist kein Tag vergeht und du trittst auf die nächste Miene, die explodiert, dann kommt da mal wieder ein Anruf, da kommt da jemand in dein Leben, der bringt dich zur Weißglut und dann fängst du an, langsam zurückzugehen. Ich habe viele Leute, und ich kenne das aus meinem Leben, frustrierte Christen gesehen, die einfach langsam schläfrig werden. Vor allem, ich sage vor allem, auch diejenigen, die in der Leitung einer Gemeinde sind. immer Tag und Nacht, immer das Gleiche und da sind Sorge und da sind Nöte. Gott sagt, hey, werd mal wach, werd mal wach und sei mal ehrlich zu dir, wie sieht es eigentlich heute Morgen bei dir aus. Und dann sagt er, bedenke, bedenke, das ist in Vers 3, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Wissen Sie, gut mal wieder den Verstand in all dem Trubel einzuschalten und sagen, hey, jetzt werde ich erstmal wach und jetzt denke ich mal nach. Der Herr ist so gnädig, er sagt dir jetzt nicht, du musst dich auf die Couch legen und dann musst du mal gucken, was sollst du denn nachdenken, sondern er sagt, er bedenke, wie du empfangen hast. Ich habe mir das so selbst, Sven, vor 20 Jahren, wie hast du damals empfangen und wo stehst du heute? Bisher damals, ich sage das mal ganz ehrlich, als ich zum Herrn Jesus gekommen bin, voll aus der Welt, voll aus der Sünde, alles mitgenommen, und dann kam der Herr Jesus und ich habe den so kindlich angenommen, das war für mich Herrlichkeit und ich habe Zeugnis gegeben, jedem, der es hören wollte, der es nicht hören wollte, ich hatte Freude gehabt bei der Arbeit und jetzt, nach 20 Jahren Christsein, frage ich mich manchmal, hey, wo bist du eigentlich gelandet? Da gibt es so viele, was dich davon, von dieser einfältigen Freude abhält, auch im Dienst. Früher habe ich mir nicht, wenn in der Bibel stand, du sollst den anderen lieben, deinen Nächsten. Das war für mich einfach, also du sollst ihn lieben. Heute fange ich an zu sagen, was steht denn da für ein griechisches Wort? Steht da Agape? Steht da Phileo? In welcher Zeitform ist das? Das ist verrückt, das ist ja fast schon schizophren. Das ist die Frage, wann ist die Entrückung und müssen wir jetzt ein Kopftuch tragen und wie ist die, das zehrt mich. Wo ist diese Freude? Wie habe ich damals empfangen? So kindlich, ich habe nicht viel gewusst, aber das, was ich gewusst habe und ich glaube, das ist entscheidend, Geschwister, dass man wieder zur Einfalt gegenüber Jesus kommt. Jesus. Die zweitrangige Dinge sind auch wichtig, dass man einen Standpunkt hat, aber erst mal, wie habe ich empfangen? Und dann soll ich es bewahren und Buße tun drüber. Bisse, Buße heißt nicht, dass ich mich jetzt in Sack und Asche auf den Boden lege und sage, oh, was bin ich für eine Pfeife, sondern einfach sage, ich fange an umzudenken. Ich gebe Gott recht, das, was er sagt, ist richtig und ich fange ganz neu an, mich seinem Wort zu unterstellen. Ich fange einfach an, wach zu werden und dann stur in der Spur. Und wenn ich das getan habe, und das ist eine Verantwortung, dann sagt der Herr Jesus hier auch, du sollst das Übrige stärken, das im Begriff ist, zu sterben. Bisse, mein Auftrag und dein Auftrag ist, dass ich ganz einfach wieder neu umkehre zum Herrn Jesus und sage, ja, da habe ich blinde Flecke, Herr Jesus, danke, dass du da bist. Ich möchte es dir geben. Und wenn ich so langsam wieder auf die Spur komme, dass ich dann meinem Gegenüber auch eine Hilfestellung gebe und sage, hey, da ist vielleicht jemand, der muss auch neu belebt werden. Also auch das möchte ich hier zusammenfassen. Ich muss erst mal klar stehen vor Gott. Und er sagt ja hier, das ist jetzt deine Verantwortung heute Morgen. Du hast das gehört. Ich soll mich prüfen, mich neu ausrichten. Das ist einfach. Der Jesus sagt aber, wenn du nicht wachst, Vers 3, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Habt ihr euch auch mal gefragt, warum der Herr Jesus hier so hart auch ist? Dass er sagt, wenn du nicht umkehrst, Sades, dann lasse ich nicht fünfe gerade sein, sondern ich werde über dich kommen als ein Gerichtszeichen. Dasselbe sagt er auch im Sendschreiben zu Ephesus. Die erste Liebe hast verlassen, kehre um, wenn nicht, werde ich den Leuchter von deiner Stelle rücken. Warum ist der Herr Jesus hier so hart? Er ist gar nicht hart, sondern es ist eigentlich logisch. Wenn heute jemand hier zusammenbrechen würde mit einem Herzinfarkt, Herzinfarkt, dann würde wir doch auf schnellste Art und Weise gucken, dass dieserjenige Hilfe bekommt und wir würden sofort wahrscheinlich, keine Ahnung, Neuwied ins Krankenhaus. Ja, da wird ihm geholfen. So, was wäre aber, wenn Neuwied Krankenhaus schön vorne dran steht und das Ding einfach nur ein Pappkamerad ist? Hinter dran ist nichts. Kein Personal, keine medizinische Versorgung, nichts. Dann wärst du tot. Bisschen, Gott möchte einfach uns als Gemeinde behilflich sein, Leben zu spenden. Und es geht eben nur, wenn wir geistlich auf der Höhe sind. Deswegen ist der Herr Jesus hier ein Stück weit auch verständlich so radikal. Jesus gibt der sterbenden Gemeinde Hilfe, wie sie aus ihrem Zustand herausfindet. Und das ist eine persönliche Verantwortung, die ich und du haben. Und ich denke, da hilft auch kein Strauß-Prinzip, einfach zu sagen, nee, geht mich nichts an, sondern einfach offen zu sagen, ja, Herr, wie siehst du mich? Wenn Gott uns die Hand reicht und uns beleben möchte, heute Morgen, wo musst du heute Morgen ganz neu innehalten und mal erfassen, wo stehst du? Ganz praktisch. Wo musst du vielleicht mal die halbe Stunde Zeit nehmen oder einen halben Tag oder ein Wochenende, nimmst dir ein Blatt Papier und lichtest mal auf, Herr, das ist mein Leben, das sind meine Rollen. Ich bin ein Pastor, ich bin ein Vater, ich bin im Beruf irgendwo, wo auch immer, was sind deine Rollen und wie sieht es ganz konkret aus? Wie sieht es aus zur Beziehung zu deinen Ältesten, zum Partner, zu den Kindern? Und dass du das einfach mal auflistest und dann gibst du dir eine Note von eins bis zehn und sagst mal, ja, vielleicht der drei nur, beim anderen ist sieben und dann, dass du einfach hingehst und sagst, Herr, da habe ich wirklich einen Mangel. Schenk mir wieder ganz neu, zeig mir vielleicht auch Menschen, die mir dabei helfen, gib mir ein Schriftwort, gib mir eine Predigt, aber dass ich einfach das wirklich mal tue. Und ich weiß, die Leute hier, die sind schon wieder mit ihrer Gedanke morgen bei der Arbeit, in der Schule, im Studium, dann gibt es Gespräche zu führen. Wisst ihr, wenn ich mir diese Zeit nicht nehme, dann trete ich nicht aus meinem Hamsterrad, sondern ich gehe und gehe und gehe und gehe und irgendwann merke ich gar nicht mehr, wo ich eigentlich stehe und ich schlafe geistlich. Also nimm das wahr, nimm dir mal Zeit, frag dich mal, wo du stehst und dann, wenn du zu dem Punkt bekommen bist und sagst, ja, ich bin eigentlich ganz gut dabei, dann guck mal diese Woche, vielleicht bist du oberauf, wo kannst du durch einen Anruf oder durch Nachfrage, vielleicht auch hier nach dem Gottesdienst, Menschenfrage, wo du den Eindruck hast, hey, die sind geistlich nicht mehr so ganz beisammen. Die sind vielleicht schon im Begriff zu sterben. Vielleicht fällt dir gerade jemand ein, wo du schon lange nicht mehr hier auf deinem Platz gesehen hast. Wo ist denn der eigentlich? Der ist schon lange nicht mehr da. Oder Leute von früher. Mal nachfragen, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Und dann lad sie zum Gottesdienst ein, frag mal, du können wir miteinander beten, können wir miteinander vielleicht mal die Bibel lesen für zwei Wochenende, was auch immer. Aber das ist so die Hilfestellung, die uns der Herr gibt. Das Letzte, was er hier sagt und das soll uns Hoffnung geben und ich will es nochmal betonen, die Predigt ist nicht dazu, da um schlechtes Gewissen zu machen, sondern Hoffnung. Das Schöne ist in Vers 4, doch du hast eine wenige Namen auch in Sades, in dieser tote Gemeinde, die ihre Kleider nicht befleckt haben und sie werden mit mir wandeln in weiße Kleider, denn sie sind es wert. Das Schöne ist, dass auch wenn hier Menschen heute Morgen sind, die sagen, ich habe geistlich keine Kraft mehr, dass wiederum andere da sind, die sagen, ich bin jemand, ich bin geistlich da, ich bin ein Überwinder, ich bin jemand, der ganz kindlich am Herrn Jesus festhält und ich bin derjenige, der beleben möchte. Das ist wichtig für euch, die ihr heute Morgen sagt, ich bin geistlich auf der Höhe. Die wenigen Getreuen haben sich nicht von der sterbenden Kirche losgesagt, es ist ihnen nicht in den Sinn gekommen, eine besondere Kirche von Erweckten zu bilden. Es ist oft so, dass manche, die wirklich so brennend sind für den Herrn Jesus, die Gehe wolle, die geistliche Substanz habe, dass denen manchmal schwer fällt, wenn sie merken, in meinem geistlichen Umfeld sterben immer mehr Leute und das frustriert mich so langsam, auch als Älteste. Es funktioniert nicht so, wie wir wollen. Da müsste mehr. Ich habe immer wieder Leute auch in der Gemeinde, die sagen, wisst ihr was, ich suche mir eine andere Gemeinde, da ist es besser. Da ist es geistlich mehr auf der Höhe. Das geht keine zwei Monate, dann sind die da genauso frustriert. Deswegen für dich und mich ist es wichtig, dass da, wo du bist und du mangelst siehst, dass du nicht sagst, macht ihr euren Sache, sondern dass du derjenige bist, der hier in den Riss tritt und Menschen hilfst. Ja, und das ist letztendlich, ich komme zum Schluss, woher weiß ich, dass ich jemand bin, der geistlich auf der Höhe ist? Er sagt hier, sie haben sich nicht befleckt mit irgendwelchen Sachen. Sie haben ihre Kleider nicht befleckt. Das heißt, sie sind einfach ganz normal in die Spur Jesu gegangen. Die waren nicht radikal oder extrem oder so ganz penibel. Keine Pharisäer, sondern es waren einfach Leute, die alles vom Herrn Jesus erwartet haben. Und das ist das Schöne, dass nicht unsere Radikalität das ist, sondern einfach unsere Beziehung zum Herrn Jesus, die uns geistlich hier gesund macht. Zum Schluss möchte ich dir hier drei, ja, wir fragen ja immer, was habe ich jetzt davon? Drei Dinge mitgebe, die der Herr Jesus einer Gemeinde verheißt, die überwindet. Und überwinde ist jeder, der am Herrn Jesus dranbleibt, kindlich. Drei Dinge, die uns motivieren sollten, auch in einer Gemeinde, in meinem Leben, das schwierig ist, durchzuhalten. Er sagt, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Das haben wir alle in der Bekehrung erfahren. Uns wurden die Kleider des Heils angezogen. Aber eines Tages, und das soll uns freuen, dann ist dieser Zustand zwischen weißen Kleidern und Beschmutzen zu Ende und dann sind wir beim Herrn Jesus, dann ist da kein Leid und kein Geschrei mehr und keine Streiterei und keine Verzagtheit mehr, sondern dann hat das alles ein Ende hier. Also auch wenn es manchmal schwierig ist in unserem Alltag, halte durch. Das Zweite, was er sagt hier, ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Das heißt, derjenige, der immer wieder umkehrt, immer wieder zu Herrn Jesus kommt, der hat gar nichts zu befürchten. Der ist vollkommen sicher. Das andere ist, wenn er das nicht tut, dann fängt er vielleicht an, geistlich zu schlafen. Und das Letzte ist, und das gefällt mir am besten, mir persönlich, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Ich stelle mir das wirklich leiblich vor, wie der Herr Jesus eines Tages, wenn ich bei ihm bin, mich wirklich in der Arm nimmt, ich stelle mir das nur vor, und sagt, Vater, Engel, schaut mal den Sven. Das war auf Erden ein Knallkopf. Der hat nichts zustande gebracht, oder sehr wenig. Das war wirklich, also das war schon grenzwertig. Aber er hat einfältig an mir und meinem Erlösungswerk festgehalten. Und das ist das Evangelium, wo ich nur sagen muss, erstaunen kann und sage, hey, wenn es nach mir ginge, dann wäre ich heute im Bett geblieben. Ich habe kein Recht, bei meinen Fehler und bei meiner Unvollkommenheit hier zu stehen. Und vielleicht geht es dir auch so. Und wir haben nur einen Sieger in dieser Geschichte, und das ist der Herr Jesus. Und wenn man so diese Sendschreibe verstehe, in dieser Gnade, dass er uns immer wieder aufrichten möchte, Entschuldigung, müssen wir dann noch verzagt sein, trotz unserer Schwäche? Selbst wenn wir geistlich tot sind, sagt er, komm, ich gebe dir Kraft. Steh auf. Wo stehst du heute Morgen? Lebendig oder tot? Wo hast du deine Kleider vielleicht befleckt? Dann komm zu ihm und bekenne, er ist treu und gerecht und vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es gibt nichts, was zu schlimm wäre für ihn. Wo schläfst du? Wo musst du vielleicht ganz neu aufwachen, umdenken, Buße tun und dich ganz neu vom Herrn Jesus ausrichten lasse? Wo ist letztendlich die Gemeinde und du Salz und Licht? Das wünsche ich uns. Da bete ich für euch und ich wäre so dankbar, wenn er auch für mich betet. Ich möchte jetzt noch zum Schluss beten. Herr Jesus, bei aller Unvollkommenheit, wir sind ja aus dem Sündefall wirkliche Katastrophe. Wir sind nicht in deiner Spur gegangen und jetzt hast du uns begnadigt. Aus Gnade sind wir errettet und du möchtest, dass wir Salz und Licht sind, Herr Jesus. Du hast uns als Gesandte, als Bote hier in diese Welt gestellt. Ach Herr, wenn ich so in mein eigenes Leben gucke, wie viele Flecke dort sind, kann einfach nur staunen, dass du trotzdem mich benutzt, Herr, und dass du mich trotzdem immer wieder vergibst und auch immer wieder neu ausrichtest, Herr. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, der vielleicht auch gerade zu kämpfen hat mit seiner Vergangenheit, mit seinem aktuellen Stand, vielleicht auch Angst vor der Zukunft hat. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wenn wir dir nachfolgen, kindlich und wirklich erkennen, dass wir schwach sind und dass du stark wirst, wenn wir schwach sind, dass du mit uns zum Zielen kommst, Herr Jesus. Ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für jeden einzelnen Gläubiger und ich danke dir, Herr, dass du durch deine Kraft wirklich mächtig bist. Hab Danke. Amen. 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 Vielen Dank.